Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rettungskapseln der Goblins anzunehmen bei Gizmo Gangzwinger auf den verlorenen Inseln an dieser Stelle. Die Vorquest-Wav geht nicht ins Licht. Und jetzt dürfen wir schwimmen. Oh, das geht aber ziemlich schnell. Wir haben hier einen Buff. Okay. Und hier sind natürlich auch Gegner. Dann schwimmen wir zunächst den Rettungskapsel. Hinten sind auch noch welche. Aber ist gut, dass wir so schnell schwimmen können. Dadurch dauert es nicht so lange. Also, ich weiß nicht, ob ihr Questgebiet sehen wollt. Ihr wisst das Questgebiet. Alles in der Nähe vom Quest Annahme NPC. Man kann diesen Haien auch ein bisschen ausweichen. Aber nur ein bisschen. Jetzt ist er get it. Und ich habe schon vier von sechs. Das ist der fünfte von sechs. Und hier hinten ist auch ein Hai, aber ziemlich weit weg. Hoppala. Und das war die sechste Rettungskapsel. Dann geht es in diese Richtung. Ich fürchte, ich kann den Haier nicht ausweichen, oder? Doch. Anscheinend schon. Ich bin in einem Kampf verwickelt. Das ist aber nicht gut. Rest ist abzugeben. Bei Sassi Harzang. Auf den verlorenen Inseln. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.